Herzlich willkommen hier auf unserem Spruchpack Nichtschwitz-Kanal. Heute ist ein weiteres Video mit mir, unser Vanessa. Wir machen heute bauchfreie Tor für euch, 12-15 Minuten, damit euch ein bisschen warm wird bei euch zu Hause, in der Wohnung oder in das Haus Auto, wo ihr es auch immer macht. Wir fangen ganz drück an, im Stehen, mit der Beifuskulatur. Die Warte wird damit rein und rutschen davor. Und am Ende machen wir ein bisschen Bauch. Ihr braucht dafür nachher noch einen weichen Untergrund. Oder lebt ihr auf den Boden, eine Matte, ein Handtuch, irgendwas, wo es nicht ganz so weh tut. Und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß. Und ich mache die Musik noch ein bisschen lauter. Und dann legen wir los, Vanessa. Hast du Lust? Jawoll! So, wir veranlassen wir ganz locker. Die Beine müssen der Tor wahr machen, ganz leichte Kniebeuge. Ich stelle mich seitlich hin, Vanessa bleibt so stehen, wie es ist. Ich hole uns weiter statt links und rechts. So, die Hände könnt ihr jetzt gleich für mich nach vorne ein bisschen machen, wie ihr möchtet. Wir gehen dann erst aktiv, achten darauf, dass wir die Knie nicht über die Zehenspitze schieben. Und kommen wir langsam wieder nach oben und stecken unser Körper raus. Liegen tief und hoch. Tief und hoch. Erstmal locker zum Bauchwerden. Und doppeltes Tempo. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief. Alles. Tief und hoch. Und wir fangen an zu fehlern. Auf die Azuländer. Und fehlern. So. Einmal langsame Fahrt, wieder Beine auf Platz 2, 3, 2, 1 und noch verlassen. So, Beine ausschönen, links, rechts. So, wir springen zur nächsten Übung. Wir kommen dann wieder zurück, keine Angst. Den rechten Fuß nach vorne. Ich mache es wieder leid, ich probiere es, ob du einen Platz hast. Linken Fuß nach hinten zählen. Ab und raus, das Bein zehn Stück, drei Lichten zeigen. Die Hände entweder neben dem Tor oder hinter dem Rückkehr. So, den Linken Fuß aufstellen, das nur die Füße hören. So, verluftet, zehn Stück, langen Takt. Und wir gehen nach unten nach vorne. Achtet wir drauf, dass das Knie zu den Zehntel geht. Schön hoch. Schön schnell. Jawohl, tief hoch. Tief hoch. Doppel-Sentrums, tief hoch. Jawohl, ab und auf die Knie-Scheibe. Gehen zu den Stehenspitzen. Oben, so was gerade, munter, hier oben. Jawohl. Jetzt noch, drei, zwei. Letzter Heißhändl. Rückfedern. So, kleiner in den Pfingstern beißen. Vier, drei, zwei, eins. Und noch gedauert. Jetzt merkt ihr, die Rüste im Türken, die werden warm. Auf geht's. Andere Seite. Und das hast du losgegangen. Ja, ja. Du bist jetzt warm. So, rechten Fuß nach hinten. Lieben wir noch runter. Und ein Reuchttempo. Tief. Mit Umweist. Ja, und oberkommens aufrecht. Die Knie-Scheibe gehen nicht über die Zehenspitzen. Und noch bis zum Tempo. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Sehen Sie mal, Meisterin. Ich sehe das. Ach, Gott. Und heißen. Und pedern. Pedern. Fünf. Vier. Und halten. Drei. Zwei. Und los. So, Beine ausstehen. Wenn du es schon klicken möchtest, du kommst auf Pause. Klick schon und dann geht's weiter. So. Zurück zum Kniebeugen. Bein ist warm. Ja. Eine Position. Wir gehen tief. Wir brauchen ganz tief gehen. Also lasst erstmal die Winkel ein bisschen kleiner ausfeilen. So, die Hände können wir nach Hochkörper nehmen. Oder neben Körper, egal. So. Jetzt einmal die Zehenspitzen am Boden lassen. Färben gehen. So, Bruch kommt raus. Gerade Rückhänden. Ja. Hoch. So, wenn die Hände hier voll habt, können wir mit den Händen auch ein bisschen drücken. Habt ein bisschen mehr ganz kurve Spannung. Und wir gehen ein bisschen tiefer. Und später. Jawohl. Körper Spannung. So, wir probieren oben für HALZ. HALZ-Turbel. Und wir hätten es noch ein Brücken und HALZ. HALZ-Turbel. Muskeln am Arm. Es brennt. Und das ist ein ganzes. Ja. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und LONZ-Turbel. Und LONZ-Turbel. Und LONZ-Turbel. Und LONZ-Turbel. So, Beine ausschüllen. So, wir machen es für den Boden kurz. Damit die Frauen da jetzt noch ein bisschen den Boden trainieren. Die Menschen das auch essen möchten. Linkes Knie leicht beugen. Fußnull hat den Achsenboden. Den rechten Fuß heben einmal direkt nach hinten ab. Hände aber als Ebenkörper oder hinten oder Rückkehr. Und dann quillen wir einfach nach hinten. So, wir werden es nicht weit. Fußkopf raus. Rücken gerade und absetzen. So, wir beugen das Bein. 90 Grad hingehen. Und Knie so leicht nach hinten. Oberkopf nach vorne. Fußkopf raus. Gerade. Schön fest nach hinten. Fußkopf raus. 5, 4, 3, 2, 1, und komm zurück dran. So, seite, lechte, linkes Bein nicht dran. Rechtes Knie weiter. Auf geht's, Vanessa? Ja. Rechts Bein nach hinten, links Bein nach hinten. Und fehl. Schön fehl. Hält, auch gleich geschafft. Und Fußbeuge in deinem Schadenwege. Und pulsier mal hinten. Jawohl, Gas geben. Komm. Und wieder kommen. 5, 4, 3, 2, 1, und runter. So. Wir machen das seitlich teilweise. Weinen Oberschenkel. Dann geben wir das Bauch hoch. So. Linkes Knie leicht folgen. Rechter Fuß hier dran. Rechts ist heftig bis zu ranziehen. Rechts ist heftig bis zu ranziehen. Rechts ist heftig bis zu ranziehen. Und wir heben das Bauch hoch. Und zurück. Und hoch. Rücken ist schon gerade. Musst du beim Tauschen stehen. Spitz ranziehen. Und wir heben das Bauch hoch. Und Pelon. Pelon, Gas geben. Macht die Musik schnell aus. Lass uns auch was noch haben. 5, 4, 3, 2, 1, und runter. Seite, letzte. Linke Beine dran. Rechts die Beuge. Linke zählstück bis zu ranziehen. Und erstmal die Steals. Voll schön hoch. Oberkörper ist fest. Linke zählstück bis zu ranziehen. 3, 2, 3, 2, 1, und runter. Beine dran. Sehr prima, wie man das hat. Wir legen uns mal mit übersetzen hin, dass wir platzern für die Beine. So, die Steals, die Beine anliegt recht. So, das ist schon. So, gleich geschafft. 10 Stück ranziehen erstmal. Hände in den Dachsiger Mönster, aber nicht zu den Händen hochstehen. Ja, vielleicht. Und dann wollen wir rausatmen. Okay, hoch. Gut. Hände in den Kopf nicht nach oben, wenn wir den Kopf nicht abspannen. Oberkörper schön hoch. Und rausatmen. I got this. Sehr gut. Die Hände ziehen den Kopf nicht nach oben. Wir legen den Kopf nicht ab. Denk nächstes Jahr an eure Sommerfigur. Schauen wir euch an. Und sehen, dass das ist ungeheilt. Hände mal nach vorne hin. Und fehlern. Hoch. 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 Oberen Bauch macht das schön hoch. Hoch. Und noch. 5, 4, 3, 2, 1. Und kurz abseits fest. Arme lang nach hinten. Wenn ihr noch Platz habt euch zu Hause, könnt ihr noch kurz beiseite, wenn ihr Platz habt, ich weiß nicht, ist es besser. Macht doch noch nicht eine Konzentration mehr. So, jetzt kommt es wieder zu lang. Jetzt kommt es wieder zu uns. 10 Stück einstieg. Und von den 2. Single. Nach oben rauslassen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Los, die rechts. 5. 4. 5. 3. 2. Und letztes halten. Hände vor und binnen. Gas heben. Umbleiben. Bleiben. Kleine dringenden Kopf. Das ist gut. 5. 4. 3. 2. 1. Und noch eine Pause. Einmal noch auf der Pause. Das muss ich auch für heute machen. Durchatmen. Hände lang machen. Schön tief einhalten. Langziehen. Und ausatmen. So, noch 10 Sekunden Pause. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5, 4, 3, 2, 1, und ablegen. So, die Arme lang machen, die Beine lang machen. Und wir atmen tief, einziehen, die Arme lang, die Beine lang. Und ausatmen, zurück. Und noch 2 mal, tief einatmen, Arme lang tief, einatmen, und ausatmen. Letztes Mal tief einatmen, lang ziehen, und dann noch ein bisschen weiteratmen, und ausatmen. So, jetzt kommen wir langsam wieder nach oben. So, jetzt merkt ihr euch auf eurem Bauch, eure Beine, habt ihr vorhin gemerkt. Wir sehen uns beim nächsten Video, ich wünsche euch viel Spaß bei den anderen Videos. Vanessa hat es geschafft. Ja, ein bisschen. Schöne Wochenaufschluss, noch eine schöne Wagen.